It's gonna be a big week. Auf keine andere Woche dieses Jahres dürfte dieser klischeebehaftete Satz mehr zu treffen als auf die kommenden sieben Tage. US-Präsidentschaftswahl und Zinssitzung in einem. Wie viel für Bitcoin und Krypto auf dem Spiel steht und wie die Ereignisse dieser Woche die kommenden Monate prägen könnten, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Heute ist Montag, der 4. November 2024. Mein Name ist Johannes Maxwell und mir zugeschaltet ist unser BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, wie ist die Lage in Berlin? Eigentlich weißt du das ja selber. Also draußen ist es kalt, das merken wir beide dafür. Aber ja, läuft sich der Markt umso mehr warm, muss man sagen. Was eigentlich die Gründe dafür sind. Und wie wir im Grunde genommen die kommende Handelswoche sehen und was alles passieren könnte, werden wir dann für euch mal im heutigen Podcast genauer besprechen. Absolut und wir tauchen direkt ein. Ja, wir danken wie immer an dieser Stelle für die vielen guten Bewertungen, die uns letzte Woche erreicht haben. Wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Wir freuen uns wie immer über jegliches Feedback und viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Und jetzt einmal der Blick in die vergangene Handelswoche. Stefan, gib uns doch einmal einen Überblick. Zuerst die Kurse an den Finanzmärkten, haben wir glaube ich alle gesehen, rutschten auch in der Vorwoche. Also wir hatten quasi ja in der Woche vor zwei Wochen, da gab es schon ein bisschen Schwäche am klassischen Markt. Da war Bitcoin auch relativ stark. Hatten wir jetzt in der Vorwoche analog dazu eher wieder Gewinnmitnahmen. Sprich sektorübergreifend ging es eigentlich gen Süden an den Märkten. Dafür verantwortlich gemischte Quartalszahlen der US-Internetriesen. Microsoft zum Beispiel in der Enttäuschung. Amazon eher gute Zahlen. Apple so lala. Und gleichzeitig steigenden Kerninflationsraten. Die hat man nämlich gesehen, die neuesten PCI-Daten, die rauskamen. Ja, bei gleichzeitig muss man eigentlich sagen, schwachen Arbeitsmarktdaten. Ja, dieses Potpourri ließt die Kurse der US-Aktienindizes, aber sogar auch des Edelmetalls Gold sowie weiten Teilen des Kryptomarkts korrigieren. Zwar konnte die Kryptoleitwährung Bitcoin tatsächlich die Woche dennoch mit einem leichten Kursplus beenden von ungefähr 1% bei 68.700. Jedoch büßte der Bitcoin-Kurs ebenfalls rund 7% von seinem zwischenzeitlichen Wochenhoch bei 73.642 gen Süden ein. Das waren wohlgemerkt nur 211 Dollar unterhalb des Alltime-Halls. Insofern waren wir wirklich nah rangekommen. Ja, und wenige Tage muss man sagen, vor der Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, die Wahl steht vor der Tür. Über die Ergebnisse in den USA sorgten vor allen Dingen, ja, eigentlich über das Wochenende auch News über die auf einmal plötzlich gestiegenen Siegchancen von Kamala Harris für zusätzliche Kursanbußen am Kryptomarkt. Man muss wohlgemerkt sagen, Bitcoin hat sich immer relativ gut gehalten, Ethereum eigentlich auch. Und dafür, ja, gab es dann, sagen wir mal, bei einigen anderen Altcoins doch größere Kursrücksetzer, oder Johannes? Ja, genau. Die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen und blicken da einmal auf die Tops und Flops der letzten Woche. Also, entsprechend wenig hat sich auf der Gewinnerseite getan, der Solana-Killer-Sui. Ich habe gehört, man spricht ihn tatsächlich Sui aus. Kleiner Funfact an der Stelle. Ja, Sui führt die Liste mit vergleichsweise mageren 8,8 Prozent an. Dicht dahinter der OG-Meme-Coin-Doge mit knapp 6 Prozent. Und ansonsten noch irgendwie nennenswert der DeFi-Titan-Maker mit immerhin noch 5,4 Prozent auf Wochensicht. Also alles eher überschaubar. Züglich der Gründe, ja, wann immer man hört, dass Dogecoin pumpt, dann muss das doch irgendwas mit dem Tesla-Gründer Elon Musk zu tun haben. Denke ich mir jedenfalls. Und tatsächlich scheint der Meme-Coin auf einen Tweet Elons zu reagieren, den wir für alle Zuschauer da draußen einmal einblenden. Ja, anders als noch 2021 erwähnt Musk Doge ja gar nicht mehr wirklich direkt. Vielmehr steigt der Doge-Kurs oft nur noch im Zuge einer subtilen Referenz, die darauf hindeutet, dass der Tech-Milliardär noch Pläne für Dogecoin haben könnte. In diesem Fall spielt Musk auf das Department of Government Efficiency, kurz Doge, für das er zuletzt den ehemaligen NFL-Spieler Antonio Brown gewinnen konnte, an. Ja, die Kursschwenkungen bei Maker hingegen sind mit dem angelaufenen Rebranding zu erklären, dass Maker zukünftig zu Sky werden lassen soll. Ja, wir erinnern uns zurück. Darin enthalten war auch eine Art Token-Split, mit dem Maker das Verhältnis 1 zu 24.000 erzielen will, also von 1 zu 24.000 in diesen Sky-Token umwandeln werden wird. Und offenbar hatte sich die Community des Projekts über dieses Vorhaben ein wenig begeistert gezeigt, oder ziemlich unbegeistert gezeigt, besser gesagt. Seit der Ankündigung am 27. August war der Maker-Token auf Talfahrt. Und die kleine Erholung, die wir jetzt in der letzten Woche sehen, dürfte nun damit zusammenhängen, dass der Maker-Gründer Rune Christensen ein Governance-Proposal für die DAO zur Wahl gestellt hat, in der es um die Rezentrierung um die Maker-Marke gehen soll, zusammen mit einigen Klarstellungen hinsichtlich der Tokenomics und eben einer Perspektive für diesen Sky-Token. Er rudert also hier nochmal etwas zurück und bezieht die Maker-Community und Anlegerschaft wieder mehr mit ein, was den einen oder anderen fürs Erste besänftigt haben könnte. Ja, und wie du bereits im Vorgespräch bezüglich zu SWE gesagt hast, zeigt sich der Solana-Killer auch diese Woche besonders antizyklisch zum restlichen Markt, oder Stefan? Tatsächlich. Also nochmal ganz kurz zu Maker. Ich habe nicht verstanden, wieso sie auf einmal auf den Sky umwandeln wollen. Peter und ich hatten damals darüber gesprochen, 1 zu 24 tendenziell sind und hat mich Peter gefragt, wie ich das werte. Da habe ich gesagt, eigentlich, wenn man mal sozusagen den klassischen Markt heranzieht, wo ja Aktien-Splits regelmäßig vorkommen, ist das oftmals eher eine Möglichkeit, einen Kurs optisch zu verbilligen und Leute dann im Endeffekt dazu bewegen, zu sagen, okay, dann investiere ich da mal rein, weil ja, vielleicht ein Maker, da sagt jemand, Mensch, der kostet ja 1.500 US, 500 US-Dollar, ich will ja nur 700 investieren, da kriege ich ja nicht mal einen halben Maker für. Jetzt kriege ich bei einer Split von 1 zu 24.000, kriege ich auf einmal massig Sky-Token, da kann sich das ja für mich lohnen, ist aber auch nur eine optische Verbilligung. Insofern kam sozusagen dieser Vorteil, diese optischen Verbilligung, war nicht stark genug gegenüber den Kritikern, die gesagt haben, ey, Maker ist eine Marke, ihr könnt doch nicht nach Jahren und Maker ist ja nun kein neuer Coin, die gibt es schon Ewigkeiten am Markt. Also Aave und Maker sind nun mal respektable Projekte im DeFi-Markt, jeder kennt ihn ja ein bisschen mehr im DeFi unterwegs, und dann auf einmal zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt Sky's the Limit, so nach dem Motto darauf, als Analogie, den jetzt in Sky-Token umbinden, habe ich nicht genau verstanden. Die Maker-Community wo ebenfalls nicht und jetzt wird er mal ganz fleißig zurückgerudert, insofern eigentlich nur positiv und dann zumindest scheint der Kurs davon kurzfristig zu profitieren. Ja, bezüglich SUI, wenn man die Kursbewegung von SUI mit der großen Mehrheit der restlichen Altcoins vergleicht, sieht man, dass SUI in den letzten Monaten immer genau dann stark beformt, wenn der Altcoin-Sektor eher schwächelte. Also als viele Altcoins in den Vorwochen dann relativ stark gezeigten, kam es bei SUI hingegen zu vermehrten Gewinnmitnahmen. Nun hat sich der Spieß aktuell wieder etwas umgedreht und Anleger sind nach einem Rücksetzer bei SUI von ungefähr 30% ausgehend vom All-Time-High, bei 2,40% zwischenzeitlich, dann wieder mehr gewillt in die Layer 1 einzusteigen, weil generell ist der Chart sehr, sehr bullisch zu sehen. Und ja, wie ist es? Man nimmt irgendwo Gewinne mit, um wieder woanders zu investieren. Jetzt hatten die sozusagen der restliche Altcoin-Markt in den letzten paar Wochen eher eine starke Performance gezeigt, geht jetzt wieder zurück. SUI war in der Zeit gefallen, das heißt, die Leute gehen wieder eher in SUI rein. Das ist einfach ein bisschen antizyklisches Investment, sage ich mal. Alles klar, vielen Dank für die Einschätzung. Nun, der doch etwas unangenehme Blick auf die Verlierer der letzten sieben Tage. Hier trifft es vor allem die Meme-Coins. Die waren ja in unserem letzten Gespräch besonders steil gegangen und sind ja bekanntlich Kryptos volatilste Token-Riege, Token-Sparte, wie auch immer. Der zuletzt beliebte Katzen-Meme-Coin Popcat beispielsweise gab fast 20% in der letzten Woche ab. Aber auch andere Konsorten wie Whiff oder Bread traf es mit zweistelligen Kursabschlägen ziemlich hart. Dazu kommt, dass die Infrastruktur um diese Meme-Coins dann natürlich auch stets mit dem Anstieg oder Abfall bei den Meme-Coins korreliert. Da besonders viel Meme-Coin-Trading auf Solana stattfindet, strauchelt somit auch der Kurs der High-Speed Blockchain und büßt 8% auf Wochensicht ein. Dazu dann entsprechend ein Abfall beim Kurs des Jupyter-DEX-Token, JUP, der 13,8% nachgibt. Besonders hart traf es das Ethereum-Blockchain-Gaming-Netzwerk ImmutableX, die letzte Woche bekannt gaben, dass die US-Börsenaufsicht eine Untersuchung gegen das Projekt eingeleitet hat. Das teilte die SEC Immutable in einem sogenannten Wells Notice mit, der Empfänger im Grunde über eine bevorstehende Klage informiert. Ja und weil das eben keine guten Nachrichten sind, gibt IMX ganze 18% nach. Ob und wann es zu einer Klage kommt, steht derweil nicht fest und das führt wiederum zu einer gewissen Unsicherheit bei den Anlegern, die verständlicherweise in die Defensive gehen. Ansonsten hätten wir noch das Bitcoin-Projekt Stax, STX und BitTensor, TAU, das KI-Projekt, die jeweils 16 und 15% abgeben. Stefan, weißt du noch, wie wir darüber geredet haben, dass ja KI-Agenten, die öffentlichen Prognosen zu diversen Assets abgeben, natürlich einen ungeheuren Einfluss auf die Kurse haben. TAU scheint nun wohl das erste Opfer dieses Phänomens gewesen zu sein, oder? Korrekt. Also es scheint nun tatsächlich so zu sein, dass einige Anleger zumindest mal den Tweets des AI-Agents dort gefolgt sein könnten. Und ich finde das tatsächlich durchaus persönlich ein bisschen spooky. Jedoch dürfte es dann wahrscheinlich auch ein Stück weit einfach auch Gewinnmitnahmen gewesen sein bei TAU, nach dem doch bemerkenswertigen Anstieg vom August-Tief bei ungefähr 160 US-Dollar bis knapp oder gut 680 US-Dollar in der zweiten Oktoberhälfte. Und das sind, ja, nach 320% Kursanstieg innerhalb von acht Handelswochen sind dann Gewinnmitnahmen durchaus auch mal als normal anzusehen. Insofern dürfte vielleicht einfach dieser Tweet dann noch zusätzlich das nochmal befeuert haben, dass Leute gesagt haben, okay, nee, dann nehme ich lieber mal Gewinne mit, gucke erst mal lieber an der Seitenlinie stehen, bevor man die schönen Gewinne wieder komplett abgibt und einfach nur zuschaut. Bei Stacks scheint es hingegen ja so ein bisschen eine Kombination aus dem Sell-the-News nach der Live-Schaltung nun endlich, so zweimal verschobenen Live-Schaltung des Nakamoto-Upgrades gewesen zu sein, gepaart mit ein Stück weit auch einfach der BTC oder der Bitcoin-Schwäche in der zweiten Wochenhälfte. Ja, die Bitcoin-Layer-to-Stacks reagiert nämlich oft, das hat auch die Vergangenheit gezeigt, ähnlich wie Bitcoin, selbst nur halt mit mehr Volatilität und größeren Kursausschlägen. Man kann einfach sagen, Bitcoin mit Hebel. Und dass 30% der Top 100 Altcoins, so viele sind es nämlich, einen zweistelligen Kursverlust aufweisen, untermauert insgesamt jedoch die Vermutung, dass Anleger kurz vor den wichtigen Events in dieser Handelswoche eher an die Seitenlinie gegangen sind, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, weil rein kann man immer, aber wieder rauskommen ist ja manchmal so eine Sache. Bestätigt wird dieses, wenn man sich nämlich die Bitcoin-Dominanz anschaut. Dieses seit März 2021, nämlich erstmalig wieder über die psychologische 60%-Marke angestiegen, untermauert eigentlich die herausragende Stellung der Kryptoleitwährung selbst. Absolut, ja. Also das heißt, die Altcoin-Antleger erstmal noch in der Defensive. Wir warten mal ab, wie es nach der US-Wahl ausschaut. Ich denke, damit habt ihr auf jeden Fall erstmal einen guten Überblick zu den Kursen der letzten Woche. Wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema. Die Kursschwäche am Kryptomarkt, nämlich dürfte eben den von Stefan eingangs erwähnten makroökonomischen Daten auch mit der traditionellen Volatilität vor der bevorstehenden US-Wahl zu tun haben. Mit der Aussicht auf einen vermeintlichen Richtungswechsel in der Politik geht nämlich meist ordentlich Unsicherheit an den Märkten einher. Für Bitcoin und Co. steht bei dieser Präsidentschaftswahl außerdem so viel wie noch nie auf dem Spiel, zumindest auf den ersten Blick. Wir erinnern uns, der republikanische Kandidat Donald Trump befürwortet Bitcoin und Kryptowährung, hat beispielsweise einen Plan, eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA aufzubauen und will für einen Richtungswechsel in der Regulierung sorgen, indem er den SEC-Chef Gary Gensler feuert. Kamala Harris hingegen, die Kandidatin der Demokraten, hielt sich recht bedeckt hinsichtlich des Themas, obwohl sie sich für digitale Assets als Zukunftstechnologie ausspricht, legte sie bisher noch keinen konkreten Plan für die Regulierung von Kryptos vor, weshalb jetzt halt auch viele vermuten, dass sie den doch recht strengen Kurs von Joe Biden und Gary Gensler fortführen wird. Es bilden sich also hier offenbar Lager, Donald Trump pro Bitcoin, Kamala Harris contra. Bitcoin ist Partisan geworden, wie die Amerikaner zu sagen pflegen, womit die Hoffnung auf einen Kryptobullenmarkt jetzt perspektivisch am Wahlsieg Donald Trumps hängt. Und darauf macht eben auch ein Makroanalyst namens Jim Bianco in einem aktuellen Tweet aufmerksam. Bianco zufolge korreliert der Bitcoin-Kurs mit den Siegeschancen des Republikaners in den Umfragen oder beispielsweise auf Prognosemärkten wie Polymarket und Calci. Und Bianco glaubt, dass die Oktober-Rallye beispielsweise durch Anleger ausgelöst wurde, die den wachsenden Vorsprung Trumps auf Polymarket einpreisten. Und jetzt, wo die Chancen für den ehemaligen Präsidenten wieder etwas absacken, gibt demnach auch der Bitcoin-Kurs nach, wie Biancos Chart zeigt. Ja, die Zuhörer sehen es gerade nicht, aber die Zuschauer, für die haben wir auch wieder einen Chart dabei. Der Bitcoin-Kurs sackt hier also mit dem Fall der Quoten für Trump ab. Ein Trend, der sich laut Bianco mit heutiger Marktöffnung an den US-Browsen fortsetzen könnte. Nämlich dann, wenn die ETFs handeln. Wir warten mal ab, was das Ende des Tages sagt, wie viel Gelder da jetzt ein- oder ausgeflossen sind aus den Bitcoin-ETFs. Und blicken mal in diesem Zusammenhang auch auf die aktuellen Chancen beider Kandidaten, auf den Prognosemärkten. Zunächst einmal auf Polymarket, das bekanntlich stärker zu Trump tendiert. Hier ist der Vorsprung Trumps noch recht deutlich mit gut 57%. Aber man sieht schon, dass Kamala Harris kürzlich wieder zugelegt hat. Auf Carl Shee, das ist die in den USA regulierte Prognose-Plattform, überholte Harris Trump sogar im Laufe des Wochenendes, was dann auch am Kryptomarkt offenbar für weitere Volatilität sorgte. Kamala zählte so zwischendurch 51% und Trump nur noch 49% Gewinnwahrscheinlichkeit. Inzwischen liegt Trump aber auch hier wieder vorn. Stefan, wie sind diese Bewegungen deiner Meinung nach einzuschätzen? Ja, also zum ersten Mal, wir hatten, glaube ich, in einer letzten Podcast schon angesprochen, wie das die Zahlen zumindest mal bei Polymarket zumindest mal biased sein dürften. Ist klar, Leute, die am Kryptomarkt unterwegs sind, wünschen sich tendenziell eher Herrn Trump. Insofern wetten sie dann darauf. Leute, die Krypto nicht kennen, kennen wahrscheinlich auch den Polymarket gar nicht. Insofern haben wir ja, ist die Grundgesamtheit der Leute, die dort potenziell aktiv sind auf Polymarket, eher der Gruppe der Kryptoianer zuzuordnen sozusagen. Allein wenn ich sehe, die 60 Millionen, da gab es eine 60 Millionen Longwetter eines französischen Traders, der wohl laut Polymarket selbst kein, ja sozusagen kein Investment war, um irgendwas zu beeinflussen oder im Endeffekt da noch für eine Verzerrung zu sorgen, sondern der war schlicht einfach durch sein riesiges Investment dafür dann mitverantwortlich für diesen krassen Longoverhang auf Polymarket. Und der Rocks Rücksetzer über das Wochenende, nämlich tatsächlich nach ersten Auszählungen von Brieffahlergebnissen, den sogenannten Mail Ballots, sorgte dann für diesen Swing. Also man sah auf Kalschi wie auch auf Polymarket, dass die Quote von Frau Harris stieg, die von Herrn Trump runterging. Und das veranlasste dann tatsächlich nämlich auch diesen Investor auf Polymarket selbst seine Position zu schließen. Deswegen auch dieser zwischenzeitliche starke Peak nach unten, der dann kam. Insofern, da wurde einfach gezockt. Es ist ja eine Prognoseplattform, da werden keine Leute befragt zu irgendwas, sondern Leute geben Wetten darauf, wer nun gewinnt. Also ähnlich wie bei Sportwetten etc. Das sind jetzt einfach Wetten auf Präsidentschaftsergebnisse. Insofern stellt sich nun einfach die Frage, wie stark ein möglicher Überraschungssieg von Harris durch den jüngsten Rücksetzer bereits eingepreist ist. Also wir haben, ich rede jetzt von den Kursrücksetzer bei Bitcoin. Wir haben jetzt wie gesagt, hatten wir gehört, zweistellige Kursverluste bei vielen Altcoins. Bitcoin hat im Grunde genommen seine komplette Performance der letzten Woche hoch, da fast an das Alzheimer hoch, Altheim High wieder abgegeben. Handelt jetzt seit was 15.30 Uhr bei 68.600 ungefähr. Also wir sehen, wir sind wieder unter die 70.000 zurückgekommen. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt schon alles die Einpreisung, dass man sagt, okay, wenn Harris gewinnt, dann wollen wir eher ein niedrigeres Niveau haben. War das jetzt mehrheitlich nur einfach durch diese Positionsschließung von dem französischen Trader dort mit beeinflusst? Das sind im Grunde genommen auch Sachen, die jetzt uns einfach, denke ich mal, oder jeden von der Zuhörer auch interessieren dürfte. Ja, absolut. Die Lage scheint ja jetzt erstmal auch klar zu sein auf den ersten Blick. Also das Schicksal Bitcoins hängt hier irgendwie gewisserweise an dieser US-Wahl, aber dass es nicht zwangsweise so ist, das wollen wir heute auch zeigen, oder? Korrekt. Also ich persönlich, wie gesagt, das ist meine Meinung und vielleicht auch das, was die Daten, ihr wisst, ich bin immer sehr datenbezogen, das, was ich aus den Daten rauslesen kann, auch in der Vergangenheit, zeigt einfach, dass die Wahl mittel- und langfristig nicht richtungsentscheidend ist. Also kurzfristige Volatilität, ja, muss wegen dieses Repricings von Assets, also was machen gerade institutionelle Investoren, kommt so ein Ergebnis, müssen sie gucken, müssen wir irgendwo umschichten, wo müssen wir vielleicht übergewichten, wo müssen wir untergewichten? Und das ist im Grunde genommen das, was in den Folgetagen oder kurz vor der Wahl, fangen die Leute damit an, gerade wenn es so größere Swings gibt. Darauf bezieht sich auch Herr Bianco, dass er sagt, okay, diese Swings, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben, bei den Wahrscheinlichkeiten, wer da nun potenziell Präsident werden könnte. Das wird dort eingepreist, deswegen sagt er auch, es könnte am Montag dann oder jetzt zum Handelsstart in diese Woche an der Wall Street so weitergehen. Jedoch muss man immer berücksichtigen, dass politische Börsenschichten einfach kurze Beine haben. Sei es, egal, sei es bei militärischen Auseinandersetzungen, sei es bei geopolitischen Konfrontationen rund um Strafzölle etc. Der Markt nimmt das kurz wahr, probiert es im Grunde genommen zu verarbeiten und ist dann aber auch sehr, sehr, sehr schnell wieder einfach davon ab und hat das ein Stück weit dann abgefrühstückt. Und dabei lohnt es sich schlicht und einfach an dieser Stelle einen Blick auf die Historie von Bitcoin nach der Wahl, wie auch die Seasonality des S&P 500 insgesamt zu werfen. Bislang ist nämlich, und das ist ein Fakt, hat Bitcoin jedes Mal nach einer US-Wahl, wir hatten drei bis vorher, immer weiter gestiegen und hat tatsächlich, das hast du dann auch nochmal gesagt, das war mir so gar nicht klar, das Kursniveau zum Zeitpunkt der Wahl in der Folge nämlich nie wieder erreicht. Also wir hatten dann die Wahl, wir hatten vielleicht kurz vor der Wahl noch eine kleine Unruhe, ein bisschen Volatilität hoch runter, dann kam das Wahlergebnis, Bitcoin stieg weiter mit und was war im Endeffekt, ja, ging es dann für Bitcoin nur noch weiter in den Norden und wir sahen dann den Wert sozusagen, der man zum Zeitpunkt, oder das Kursniveau der Wahl, zum Zeitpunkt der Wahl in schlicht einfach nicht mehr. Und traditionell und bereits in mehreren Podcasts auch von uns erwähnt, ist das letzte Handelsquartal, das muss man immer im Kopf behalten, unabhängig davon, ob Wahljahr ist oder nicht, erst mal tendenziell eine bullische Jahreszeit und der Zeitraum November bis Ende Januar ist statistisch gesehen die stärkste Handelsperiode, wenn man sämtliche Daten seit 1950 berücksichtigt. Und die Richtung, das ist das Entscheidende, sozusagen wie stark es dann steigen kann, das sind die Feinheiten, das Wichtige für uns erstmal, was wir mitnehmen müssen, die Richtung zeigt hier eindeutig gen Norden und die Wahrscheinlichkeit, auf Kurs zu wechseln nach der Wahl, ist statistisch gesehen einfach hoch und du hattest zudem einen Vergleich der Kursentwicklung des S&P nach der Wahl gefunden. Wie schaut es da aus? Ja, das Bild hier bestätigt im Grunde, was du gerade meintest. Vor fast jeder US-Wahl der letzten 30 Jahre zeigt sich ein ähnliches Bild, kurzfristige Volatilität in die Wahlwochen hinein, Ergebnis wird dann so verdaut und darauf folgt ein starkes Wachstum im Laufe der folgenden Monate. Die einzige Ausnahme bilden hier dann tatsächlich die Jahre 2000 und 2008 und wir erinnern uns, das waren Jahre mit einer krassen oder starken Finanz- oder Wirtschaftskrise in den USA, also 2000 die Dotcom-Bubble, 2008 eben die Global Financial Crisis und ja, die haben dann halt dafür gesorgt, dass es kein gutes Jahr für den S&P war, aber alle anderen sorgten halt eben auch für einen langfristigen Aufwärtstrend. Würde ich gerade sagen und selbst die Rücksetzer dort waren dann ja, ich will nicht sagen temporärer Natur, es waren dann schon heftige Rücksetzer, nichtsdestotrotz perspektivisch geht es weiter hoch, hat auch damit was zu tun, dass wir einfach eine sukzessive Geldmengenausweitung am Markt haben und weltweit die globale Geldmengen immer weiter zunehmen und deswegen auch die Märkte immer weiter dazu tendieren, höher zu laufen und insofern wäre wenn überhaupt die Frage aus dem, was du gerade gesagt hast, abzuleiten, haben wir jetzt in diesem Jahr wieder sozusagen so eine Art bevorstehende Krise, die Gründe kennen wir, gibt es oder gehen wir nachher nochmal genau darauf ein, einige Gründe hatten wir hier schon hinreichend besprochen, aber generell, wenn man jetzt mal sagt, okay, wir sind aktuell in einem Bullenmarkt, was wir sind, im klassischen Markt, nicht nur, dass wir bei Krypto aktuellen oder zumindest mal für Bitcoin im Bullenmarkt haben, vergleicht man dann auch generell die Bullenmärkte am US-Aktienmarkt, mit den vergangenen der letzten 50 Jahre, zeigt sich, dass wir mit, ja, kann man eigentlich sagen, rund zwei Jahren aktuell Bullenmarkt noch ziemlich am Anfang stehen dürften, die Bullenmärkte mal als Beispiel 1982 bis 1987 und 2002 bis 2007 gingen jeweils immerhin fünf Jahre, der Bullrun 1974 bis 1980 gute sechs Jahre und die längsten Bullenmärkte zwischen 2009 und 2020 beziehungsweise 1987 bis 2000 liefen sogar 11 beziehungsweise 12,3 Jahre sogar, also das war der längste zwischen 87 und 2000 und rein von der Länge her haben wir also noch durchaus Platz und Zeit vor allen Dingen für übergeordnet weiter ansteigende Finanzmärkte und fokussiert man sich nun auf Bitcoin, hast du da noch eine interessante Grafik ausgegraben, Johannes, welche Bitcoins Kursentwicklung mit dem Google Search Trend vergleicht, was sagt uns die Grafik? Ja, der Chart zeigt den Bitcoin Kurs, der sich ja seit Ende Oktober nunmehr nahe eines Allzeithochs bewegt und eben dem gegenübergestellt das Google Search Interesse nach dem Keyword Bitcoin, das sich aber eigentlich in Sphären eines Bärenmarktes bewegt, also hier nahezu kein Interesse seitens von Retailern und so kann man nämlich diesen Chart deuten, es gibt quasi kein Interesse von den Retailern und das, wo der Kurs ja eigentlich kurz von einem potenziellen Ausbruch steht und ein Blick auf weitere On-Chain-Indikatoren Verdichten, zu dem das Bild des Bitcoin aktuell noch immenses Wachstumpotenzial zeigt und weit von einem Top gemessen an der Anlegeraktivität oder am Hype ist. Da wäre zum einen dieser Coin Days Destroy Chart von Glassnode, er zeigt, dass On-Chain-Volumen gewichtet nach der Zeitspanne, die seit der letzten Bewegung jedes Coins vergangen ist. Um das einfach ein bisschen zu vereinfachen, Spitzen in diesem Chart signalisieren, dass Anleger, die BTC schon eine Weile halten, einen Teil ihrer Bestände an Börsen transferieren, um diese eben zu verkaufen. Hier als Beispiel, im ersten Quartal dieses Jahres erreichte Bitcoin ja neue Höchststände und hier verzeichneten wir die höchste Menge an Coin Days Destroyed in einem 30-Tage-Zeitraum seit dem Panikverkauf im November 2018. Diese Metrik ist parallel zum jüngsten Preisanstieg zwar angestiegen, relativ gesehen jedoch kaum der Rede wert unterm Strich sagt dieser Chart also, dass die Investoren, die bereit sind, in der aktuellen Preisspanne zu verkaufen, im Grunde keine Coins mehr haben, um das zu tun. Der Kurs muss also noch deutlich steigen, ehe weitere große Gewinnrealisierungen zu erwarten sind. Durchaus spannend. Insofern potenzial Genorn ist gegeben, um das mal zu subsummieren. Aber lass uns dann doch nochmal vielleicht genauer auf die Kursentwicklung von Bitcoin in den letzten Wochen schauen. Versteht, Anleger haben im großen Stil in Bitcoin-ETFs investiert, wovon auch der Bitcoin-Kurs logischerweise in diesem Fall profitieren konnte. Der Uptober hat, wir haben ihn jetzt glaube ich geschlossen, hatten wir gar nicht, waren wir gar nicht darauf eingegangen, plus 10, und ein paar Prozent. Das heißt, wir haben, der Grüne, der Uptober war der Uptober, auch wenn er ein bisschen später kam, als vielleicht manche erhofft hatten, haben wir dennoch 10 Prozent Großanstieg gesehen. Und ja, allein im Oktober, und das ist wiederum eine echte Hausmarke, flossen nämlich 5,1 Milliarden US-Dollar in die ETFs. Das ist der beste, also insgesamt der zweitbeste Monat und der beste Monat seit Februar, in dem die ETFs damals 6 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen verzeichneten. Und der kumulative Inflow, also quasi alle zusammengerechnet, stieg nämlich laut Bloomberg damit weiter deutlich genorden, auf aktuell rund 25 Milliarden US-Dollar. Und zwar ist im Vergleich auch die Menge an Future Short-Positionen an der CME zuletzt auf 5 Milliarden US-Dollar angestiegen. Was zeigt, dass einige Hedgefonds zumindest wohl wieder ihre, ja, Delta-Neutral-Strategie, hatte ich hier schon mal erklärt, fahren und im Endeffekt nur darauf abziehen, die Fundingrate von aktuell rund 10 Prozent pro Jahr. abgreifen zuweilen. Jedoch stieg die Short-Quote, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, nicht weiter mit an. Also wir haben damals, als wir im Februar oder vor allem im März eine Short-Quote von ungefähr 5 Milliarden hatten, da war das Total Inflow in die ETFs ja deutlich niedriger. Und jetzt haben wir viel oder stetig mehr Zuflüsse in die ETFs gesehen. Wir sehen aber, dass die Short-Quote halt nicht weiter mit hochgegangen ist, was darauf hinleitet, dass Anleger schlicht und einfach gewillt sind, ihr Bitcoin-Exposure immer weiter zu erhöhen und die Nachfrage nach Bitcoin ähnlich, der von Gold, muss man sagen. Ihr erinnert euch, dass die Zentralbanken nämlich aktuell massiv Gold akkumulieren und Zentralbanken halten damit rund 12 Prozent des sämtlichen Goldes weltweit und Gold hatten wir in der Vorwoche wieder neues. Heute haben High nämlich auch weiter zunehmen. Also Bitcoin bewegt sich eher in Richtung zusammen mit Gold. Die Nachfrage ist einfach da. Die Leute wollen Bitcoin akkumulieren, in diesem Fall über die ETFs. Und ja, Gründe gehen wir nachher noch genau darauf ein, aber wissen wir alle, anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit, Krise in Nahost, Überschulden der Staaten. Also es gibt weiterhin einige Faktoren, gegen die sich Anleger durch Invest in Gold, aber wohl auch zunehmend in Bitcoin absichern wollen. Ja, und die von dir angesprochene starke Nachfrage nach den Bitcoin ETFs wird eben auch durch eine Analyse von CryptoQuant untermauert. Und diese weisen auf die eben genannte substanziell erhöhte ETF-Nachfrage und setzen sie dann ins Verhältnis zu den OTC-Beständen Bitcoins. Und hier ist dann zu sehen, dass der Preis von Bitcoin gestiegen ist, obwohl mehr Angebot für ETFs über OTC-Schalter verfügbar ist, als noch zu Beginn des Jahres. Und CryptoQuant schätzt, dass sich die Gesamtmenge an Bitcoin auf OTC-Schaltern auf etwa 416.000 BTC beläuft im Vergleich zu einem täglichen Bestand von 183.000 bis 193.000 Bitcoin im ersten Quartal 2024. Das heißt, die aktuelle Nachfrage durch die ETFs beispielsweise ist stark genug, um diese erhöhten Mengen zu absorbieren. Und außerdem scheinen diese OTC-Bestände nunmehr ein Plateau erreicht zu haben, während ihr Wachstum gleichzeitig rückläufig ist. Die 30-Tage-Veränderung der Gesamtbestände an Bitcoin bei OTC-Schaltern beträgt so nur noch 3.000 BTC gegenüber 77.000 im August und 92.000 im Juni. Ja, und zusätzlich sind die täglichen Bitcoin-Zuflüsse zu OTC-Schaltern auf die niedrigsten Werte im Jahr 2024 gesunken. Dies markiert einen Rückgang von 52% gegenüber dem täglichen Durchschnitt zwischen Januar und September. Das Angebot an Coins, die nicht auf Börsen gehandelt werden, wird also fortan knapper, während die Nachfrage massiv steigt. Und Economics 101, wir wissen im Grunde, was das heißt, all diese Daten zeigen uns, dass die kurzfristige Volatilität um die US-Wahl womöglich nur ein Rauschen ist. Das von der Tatsache abhängt, dass Bitcoin bereit ist für seine nächste Bullenmarktphase. Oder wie schätzt du das ein, Stefan? Also die Zahlen zeigen ja auch, es ist schön, dass du die gerade nochmal so genau aufgefächert hast, dass faktisch eigentlich auch Bitcoin-Miner gerade nicht gewillt sind zu verkaufen. Wir wissen bei Mara, Mara ist jetzt ein neuer Bitcoin-Hoddler geworden, also die machen MicroStrategy 2.0, das ist nur, dass sie selber Bitcoin produzieren. Die sagen, wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir keine Bitcoin verkaufen, um laufende Kosten zu decken. Wir machen notfalls eher eine Kapitalerhöhung zum Beispiel, um unsere, die Anzahl an Bitcoin-Minern auszuweiten und wir sind eher auf Wachstumskurs, wollen aber gleichzeitig unsere Bitcoin-Bestände halten. Das zeigt das natürlich. Wir hatten damals, Anfang des Jahres immer noch, dass die Bitcoin-Miner vermehrt liquidiert haben, um aus sich ein Stück weit ein finanzielles Polster für nach dem Halving irgendwie aufzubauen, dass sie im Endeffekt dann am Markt bestehen können. Und ja, wir sehen eigentlich, das Fazit muss so ein bisschen sein, kurzfristig ist mit einem Anstieg der Volatilität und womöglich tieferen Kursen, insbesondere bei einem Harris-Sieg womöglich zu planen. Aber auch bei einem Trump-Sieg ist dieses jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen. Wir wissen in der Vergangenheit, als Bitcoin, als der ETF zum Beispiel eingeführt wurde, was haben wir? Ein Sell-the-News oder Sell-the-Fact-Event. Haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen, passiert am klassischen Markt regelmäßig. Jedoch gebe ich immer zu bedenken, dass Bitcoin, wie auch von Johannes hat erwähnt, danach jedes Mal höher tendierte, was auch die Prognose von Bernstein oder Bernstein, wie man sagt, untermauert, sagen die immer so schön nach Blumenberg. Die prognostizieren nämlich einen Kursziel von 200.000 US-Dollar bis Ende 2025. Haben wir, glaube ich, alle gelesen. Wichtig ist aber dieser Zusatz, den sie sagen, unabhängig vom Wahlausgang. Also sie sagen, es ist eigentlich völlig egal, wer da im Endeffekt dann da sitzt im Weißen Haus. Wir gehen aufgrund der Gemengelage davon aus, dass Bitcoin deutlich höher stehen wird in 2025. Genau, sprich, wenn sich der Nebel der US-Wahl verzieht und die Politik fürs Erste wieder in den Hintergrund rückt, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger wieder auf das Wesentliche. Und ob die Kurse bei Bitcoin und den breiteren Finanzmärkten langfristig steigen, zeigen nämlich vor allem die makroökonomischen Bedingungen. Wir haben ja oben bereits erwähnt, dass die Krisenjahre 2000 und 2008 eine Ausnahme vom sich ansonsten wiederholenden Trend darstellen. Wir sollten also bei allem Gerede um Trump und Harris die wirtschaftliche Faktenlage nicht aus den Augen verlieren. Stefan, wo stehen wir denn da eigentlich heute? Also bevor ich darauf eingehe, noch mal ganz kurz zurückgestellt, noch kurz eine mögliche, was wäre überhaupt wenn? Was hätten wir? Was könnte uns überhaupt bevorstehen? Ich sage mal, Trump siegt mögliche Veränderungen nach der Wahl, dass zum Beispiel der SEC, wie er selber gesagt hat, und du eingangs auch erwähnt hattest, SEC-Vorsitzender wird abgesägt, ein neuer kommt rein. Das wiederum könnte die Genehmigung weiter Krypto-ETFs beeinflussen. Zum Beispiel, wir wissen, Solana und Ripple stehen in Startlöchern. Ich glaube, letzte Woche hatten Bitwise und mehrere ETF-Anbieter auch nochmal bekräftigt und gesagt, sie haben da eingereicht, im Grunde genommen, ihr Vorhaben, den Solana- beziehungsweise Ripple-ETF, Spot-ETF zu starten. Und ja, alles unter der Prämisse, dass der neue Präsident dort eine neue Führung ernennt. Jedoch dürfte der Impact auf Bitcoin selbst vielleicht dann sogar kleiner sein als gedacht. Meiner Meinung nach, da nehme ich die regulatorischen Rahmenbedingungen, zumindest mal für institutionelle Investoren auf ein Bitcoin-Engagement, nämlich ja schon, ja, eigentlich vorhanden sind mittlerweile und auch fast alle notwendigen Produkte. Also wir haben Futures, wir haben die ETFs, also Future-ETFs, wir haben die Spot-ETFs, die nämlich schon längst genehmigt sind und lediglich die Options, also ETF-Options-Produkte noch fehlen, aber auch dort heißt es ja, im Januar könnten die dann wohl schon eingeführt werden. Also wäre eine Wahl Trumps womöglich, das wird die Leute, die in Altcoins investiert sind, womöglich tatsächlich eher positiv auf den Altcoin-Sektor auswirken, gerade mit Hintergrund, dass dann vielleicht auf einmal eine Solana oder ein Ripple auch ein ETF bekommt und das im Grunde diese ganze Rahmen für den Gesamtmarkt insgesamt dann vielleicht vereinfacht oder verbessert wird. Und ja, und jetzt auf deine Frage zurückzukehren, was ist die wirtschaftliche Faktenlage? Wir haben weiterhin die riesige US-Schuldenlast von knapp 36 Billionen US-Dollar aktuell und wir wissen aus den Wahlprogrammen, das kann man hin eindeutig hier nehmen, dass keiner der beiden Kandidaten nur irgendwie plant, ein Sparprogramm zur Konsolidierung des Haushalts aufzusetzen. dazu nur mal kurz ein paar aktuelle Zahlen, allein in 2024 bis jetzt wohlgemerkt, also mehr oder weniger 1. November war das, das heißt die ersten 10 Monate hat der US-Staat oder der US-Haushalt bislang Steuereinnahmen von 4,9 Billionen US-Dollar generiert, hört sich erstmal toll an, im gleichen Zeitraum, aber 6,75 Billionen US-Dollar ausgegeben und das sind, naja, dezente 2 Billionen, das ist wohlgemerkt, was, fast zweimal der deutsche Staatshaushalt an neuen Schulden in den erst 10 Handelsmonaten in 2024 aufgenommen. Des Weiteren droht zumindest mal die Inflation zumindest mal nicht weiter in Richtung des erhofften Fett-Ziels von 2% zurückzugehen. Die neuesten PCE-Kerninflationsdaten aus der Vorwoche zeigen nämlich, dass diese sich wieder eher gen Norden bewegt, zuletzt angeschiegen, zwei Monate in Folge, aktuell auf 2,7% und damit nähert sie sich eigentlich ein Stück weit eher dieser 3%-Marke an. Ich persönlich kann mir tatsächlich vorstellen, dass diese neue Berechnungsgrundlage der FED zukünftig eher heißen wird, 3% ist so das Niveau, was wir okay finden und dass wir diese 2% womöglich nie wieder längerfristig zumindest sehen werden oder auch gar unterschreiben können. Dieses könnte dann nämlich für 2025 bedeuten, dass wir in der Gesamtmenge doch weniger Leitzinsreduktionen sehen können, als der Markt vielleicht aktuell probiert einzupreisen und für weitere womöglich auch größere Zinssenkungen sprechen wir sozusagen auf der Haben-Seite, hingegen die schwachen Arbeitsmarkter, weil letzte Woche Freitag schwache Arbeitsmarkter, schlechter NFP-Report, Non-Farm-Payrolls, da haben wir nämlich lediglich 12.000 neue Jobs gesehen, die geschaffen wurden außerhalb der Landwirtschaft und das ist so wenig wie seit Januar 2021 nicht mehr, also das ist wirklich lange, lange her, dass die Zahlen so schwach waren und ja, um die Situation am Arbeitsmarkt dann im Endeffekt zu entschärfen, könnte nämlich die FED womöglich dann mehr Liquidität in Form neuer QE-Programme in den Markt pumpen müssen, ob sie es will oder nicht und vor allen Dingen als aktuell auch von dem FED-Chef Herrn Paul artikuliert wird. Also wir haben im Grunde genommen, wir wissen, die Leitzinsen werden aktuell gesenkt, aber die FED befindet sich noch in einem Tonus des Quantitative Tightening, also sie zieht eher noch Gelder raus, sie senkt zwar die Leitzinsen, zieht momentan aber eher noch Geld aus dem Markt raus und gerade eine schwache Wirtschaft würde jetzt die Arbeitslosenquote immer weiter steigen, die Anzahl neuer geschaffener Stellen immer weit oder auf einem sehr niedrigen Niveau verharren, dann muss die FED mehr oder weniger aktiv werden und das würde auch wieder bedeuten, neue QE-Programme und das heißt, der Drucker muss wieder angemacht werden und wir wollen und ich glaube, das ist vielleicht noch was Wichtiger, alle gucken gerade so ein bisschen auf die USA, wir wissen, Dienstag Wahl, Donnerstag FED, sollten wir vielleicht noch einen anderen großen Player abseits der FED so ein bisschen nicht aus den Augen lassen, nämlich die chinesische Notenbank PBOC, denn neben der Leitzinsentscheidung der FED, also am Donnerstag keine 48 Stunden nach Ende der US-Wahl, werden nämlich an dem Freitag dann auch die Chinesen die Größe ihres Pakets oder Wirtschaftspakets, was sie schnurren, für die eigene Wirtschaft bekannt geben und auch hier ist mit einer deutlichen Liquiditätsausweitung zu rechnen, da die chinesische Wirtschaft, wissen wir auch, hatten wir ja auch mehrfach besprochen, insbesondere der Immobiliensektor, aber auch die produzierende Industrie weiterhin schwächeln und neue, muss man tatsächlich sagen, substanzielle Geldspritzen hier vonnöten sein dürften, um diese Schwäche im Endeffekt abzuwenden oder die Probleme und bereits in den frühen Morgenstunden, geht dann wirklich so Schlag auf Schlag, bereits in den frühen Morgenstunden am Freitag, ist hier nämlich mit News über den Umfang dieses Hilfspakets zu rechnen und Marktexperten sagen aktuell voraus, so ungefähr 1,5 Billionen US-Dollar hat dieses Paket womöglich einen Umfang und jetzt muss man dazu sagen, je nach, und deswegen haben die Chinesen sich das natürlich nicht rein zufällig auf diesen Tag gelegt, sondern je nach Ausgang der Wahl, gewinnt Trump oder nicht und der Leitensentscheidung der Fed ein paar Tage später sind dann nämlich sogar noch größere Maßnahmen vorstellbar, gerade zum Beispiel, wenn Trump gewinnt und China dann womöglich mit noch höheren Strafzellen für seine Industrie rechnen könnte. Subsummiert heißt das, vieles deutet also darauf hin, dass die Geldmenge in den kommenden Monaten und auch in 2025 weiter zunehmen dürfte, was sich positiv auf die Kurse von Risikoassets, also Aktien und Krypto gleichermaßen auswirken sollte und wir wissen einfach, Geldmengenausweitung hat traditionell eine sehr hohe Korrelation mit der Kursentwicklung von Bitcoin und machen die beiden größten Notenbanken der Welt den Geldhahn auf, dann dürfte Bitcoin optimalerweise folgen. Absolut, das hast du wunderbar zusammengefasst und vielen Dank auch nochmal für diesen umfangreichen Überblick, der uns damit eigentlich auch schon super in den nächsten Abschnitt überleiten lässt. Wir sind beim Ausblick rund um die makroökonomischen Ereignisse für diese Woche. Stefan, welche Events sollten wir also in den kommenden sieben Tagen unbedingt im Blick behalten? Ja, also wir wissen, steht natürlich alles im Schatten der Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl, die am morgigen Dienstagnacht auf Mittwoch eventuell optimalerweise dann auch direkt kommen. Man muss dazu sagen, seit der letzten Wahl 2020 wissen wir, das kann dann auch alles ein bisschen länger dauern mit vielleicht nochmal Auszählungen und dann sind diese Zahlen nicht korrekt und jenes irgendwie wird nochmal bemängelt. Insofern traditionell ist es eher so, dass wir in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch irgendwann mit den Ergebnissen rechnen können. Vorher haben wir aber zumindest mal am morgigen Dienstag noch die aktuellen Einkaufsmanager- Indizes aus dem Dienstleistungssektor. Die werden wichtig, weil der ist das einzige Zugpferd, produzierende Wirtschaft in den USA ist schwach, verkleinert sich, also ist unter einem Wert von 50 seit einer Weile. Die Dienstleistungssektor ist noch stark, bewegt sich Mitte 50, 55, 56. Insofern kommt es da zu größeren Abweichungen und der schwächelt auch, wäre das eher negativ zu werten, weil aktuell ist es so, gute News sind, also gute Neuigkeiten aus der Wirtschaft werden auch honoriert vom Finanzmarkt, schlechte eher abgestraft. Und ja, dann haben wir im Grunde genommen schon am Mittwoch beziehungsweise Dienstagnacht und deutscher Zeit dann eine Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Da muss, wie wir schon, deswegen haben wir die heutige Sendung gemacht, mit erhöhter Volatilität gerechnet werden. Und in der zweiten Wochenhälfte, dann Donnerstag, die viel beachtete Zinsentscheidung der FED. Und am Freitag, zum einen Freitag früh, womöglich Aussagen aus China zur Größe des Hilfspakets. Und dann schließlich Freitagnachmittag, vielleicht nicht ganz so wichtig, in diesem ganzen, ja, Potpourri an wichtigen Zahlen, die Vorabschätzung der Universität Michigan zum Verbrauchervertrauen und die Konsumerwartung. Des Weiteren, wir wissen, die Berichtssaison läuft weiterhin. Wir hatten in der Vorwoche die ganz Großen. Jetzt kommt so ein bisschen die zweite Reihe aktuell für uns vielleicht interessant, für Kryptosektor. Zum einen, was macht der Chip-Hersteller ARM, quasi der wichtigste Chip-Hersteller, was mobile, also was Handys und Co. angeht, was wiederum auch darauf hindeuten könnte, wie sieht es bei NVIDIA vielleicht oder wie läuft der Chip-Markt an sich. Und wir wissen, NVIDIA als Schwergewicht. NVIDIA kommt ab nächster Woche jetzt erstmalig in den Dough 30 und ersetzt da Intel. Also auch dort gibt es eine große Verschiebung. Sowie, und das ist für uns so ein bisschen am wichtigsten wahrscheinlich, des Bitcoin-Mining-Unternehmens Mara, hatte ich vorhin schon angesprochen. Die werden jetzt auch zum Bitcoin-Holder am Mittwochabend. Mittwochabend. Also im Grunde genommen, das ist so wirklich dieses, ja, big, oder sagen wir mal, dick bespickte Woche, wo wir so gucken können, wann was passiert. Absolut, ordentlich was los in der nächsten, oder in dieser Woche besser gesagt. Du hast es gerade schon gesagt, für uns besonders interessant, natürlich alles, was um Krypto und Bitcoin passiert. Wie sieht es denn bei Bitcoin selbst aus? Was können wir nach der letzten Woche und in den nächsten Tagen vor allem von der digitalen Leitwährung nach oben hin erwarten? und welche Marken gilt es dabei zu beobachten? Ja, also wie schon erwähnt, wir hatten schon eine volatile Woche, die wird wahrscheinlich jetzt vielleicht sogar nochmal volatiler. Ja, nachdem die Krypto-Leitwährung zwischenzeitlich mit, ja, hatte ich schon gesagt, 73.625, nur 211 Dollar unter seinem Euter im Hai aus dem März dann abgedreht war, sorgten insbesondere ja, gemischte Quartalszahlen, angestiegene PCI, Kerninflation, Inflationszahlen, schwache Arbeitsmarkte hatten in der zweiten Wochenendehälfte für vermehrte Gewinnmitnahmen. Bitcoin kam im Zuge des Rücksetzers am US-Aktienmarkt mehrfach im Bereich des Aprilhochs bei 72.800, wenn man da mal reinguckt und einen 4-Stunden-Schart zum Beispiel aufmacht, nämlich immer nicht weiter und rutschte dann über das Wochenende zurück bis an die Abwärtstrendlinie bei 67.444, bevor er sich zumindest mal kurzfristig stabilisieren konnte, schloss dann bei 68.738 zumindest wieder oberhalb dieser Abwärtstrendlinie und oberhalb der, ja, ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich schon x-mal gehört, wenn ihr länger zuhört, die Linie im Sand nenne ich sie, das sind die 68.338, da schlossen wir erstmal drüber, die ist wichtig. Rein Chart-technisch gesehen hat sich im Wochenchart nun allerdings ein Shooting Star ausgebildet, also das ist eine Shooting Star-Kerze, die ist ähnlich wie eine Hammerkerze, wenn man sie sozusagen bei einer Bewegung aus, bei einer Bodenbildung sieht, nur inverse zu sehen, quasi ein umgedrehter Hammer, der könnte zumindest temporär tiefere Kurse wahrscheinlicher machen, daher müssen Anleger sich im Zuge der genannten Faktoren, die wir jetzt alle so aufgegliedert hatten, auch in dieser Handelswoche auf hohe Volatilität anstellen und die von Jannis und mir angesprochenen Szenarien dürften zu hohen Kursausschlägen führen, der Bereich zwischen, für mich wichtig, 65.500 bis 66.550 ist daher optimalerweise von den Bullen per Wochenschlusskurs zu verteidigen. Wie gesagt, wir werden Spike sehen, wahrscheinlich einmal einen Schuss nach oben, dann wieder einen Schuss nach unten, wenn es dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch insbesondere dann immer weitere Erkenntnisse dazu gibt, wer wohl gewinnen könnte. Wichtig ist dann für mich nicht der Tagesschluss so wirklich, sondern tatsächlich ein Wochenschlusskurs, weil dann haben wir diese ganzen Zahlenflut, die wir jetzt sehen, die ist dann auch eingepreist und verarbeitet in dieser Wochenkerze, in der aktuellen. Um zurück nämlich in Richtung 70.000 und darüber anzusteigen, gilt es für die Bullen zunächst mal 69.498 zurückzuerobern, da sind wir auch mehr oder weniger heute Nacht so ein bisschen dran gescheitert. Wir hatten es ein paar Mal versucht, haben es erst mal nicht hinbekommen und können die Bullen dann den Ausbruch über diese Abwärtstrendlinie, wo wir momentan drüber handeln, auch per Wochenschlusskurs bestätigen und Bitcoin kann die psychologische Marke von 70.000 dann auch wieder genoten durchstoßen, richtet sich der Blick erneut in Richtung 71.350, wird die auch rausgenommen, haben wir dann diese, hatte ich für den Eingangs genannte 72.800er Bereich, der tatsächlich nachhaltig überwunden werden muss nun, um das Allzeithoch ins Visier zu nehmen und ein Ausbruch über diese Märzhoch-Höchststände, das Allzeithoch in diesem Fall, scheint dann zunehmend möglich und insbesondere, wir wissen es, ein Sieg von Trump bei gleichzeitig vielleicht auch noch dovischen Aussagen der beiden erwähnten Notenbanken würde dann nämlich die Chance für dieses Szenario und einen Sprung in Richtung 80.000 erhöhen. Jedoch muss auch ein kurzer Spike auf ein neues Hoch zum Beispiel eingeplant werden, um dann im Endeffekt doch wieder abverkauft zu werden, weil man sagt, gut, jetzt weiß man, dass Trump es ist, ist ja ganz schön, die Kiste wird einmal hochgefeuert und dann im Endeffekt brechen wir doch wieder ein, weil die ersten Leute sagen, gut, ich nehme mal Gewinnemitte, gucke mir überhaupt an, was in den nächsten Wochen passiert. Insofern ist es wirklich schwer, insofern sage ich, erst einen Wochenschluss oberhalb des alten All-Time-Highs, auch jetzt nicht, gar nicht nur in dieser Woche, sondern auch in der Woche da drauf, dürfte tatsächlich wirklich die Wahrscheinlichkeit deutlich begünstigen, dass wir dann auch einen nachhaltigen Ausbruch sehen mit Trendfortsetzung 80.000, 85.000, 89.000, also im Grunde und dann möglicher Kursziel erinnern. Alles klar und wir haben ja vorhin das Bottoming Pattern, was sich in der Historie Bitcoins um die US-Wahlen häufig gezeigt hat, angesprochen. Das heißt, wenn wir zwar davon ausgehen, dass am Dienstag der Markt in Anführungsstrichen schließt und wir eine bestimmte Marke erreichen, dann würde das ja historisch betrachtet nach der Wahrscheinlichkeit der Bottom sein. Wenn der Kurs nun aber darunter fällt, dann wäre das ja in gewisser Weise ebenfalls historisch beziehungsweise das erste Mal in Bitcoins Geschichte und deswegen müssen wir auch nach unten blicken. Wie sieht es denn inmitten dieser ganzen Volatilität aus? Was sind deine abwärtsgerichteten Kursziele? Ja, also wir hatten, die Bären haben es immer mal wieder, schaffen sie es. In letzter Sekunde waren sie wieder am Start, Allzeithoch gab es nicht. Verkäuferseite nutzte dann den schwachen Wochenschluss am US-Aktienmarkt sowie die geschiedenen Chancen eines Harris-Siegs für den Abverkauf und sollte sich bestätigen, dass Harris gewinnt. Das wird sich jetzt immer weiter zuspitzen, weil es werden immer weitere Mail-Ballots ausgezählt. Also es ist ein bisschen anders in den USA als bei uns. Die Amerikaner können seit Wochen schon wählen und dann wiederum wird unterschieden. Jeder Staat macht das ein bisschen anders. Die ersten haben schon angefangen auszuzählen, geben dann auch mal so Zwischenergebnisse bekannt. Die anderen machen das, sagen, nee, wir machen das erst aufgenommen, die Boxen mit den ganzen Wahlzetteln drin, die wir per Briefwahl bekommen haben, am Wahltag selber. Wir lassen uns dann sogar Zeit bis mitten, oder sagen wir mal, bis in die Nacht hinein, eventuell, ich glaube, Nevada war es sogar, da ist es so, dass die sogar sich, das durchaus sein kann, dass dann die Ergebnisse dort erst ein, zwei Tage später kommen. Bedeutet für Bitcoin, ein Tagesschlusskurs unterhalb der 68.338, hätte ich gerade schon mal gewähnt, würde den Bereich zwischen 66.550 und 65.500 wieder in den Fokus bringen. Damit, hergehend, würde dann tatsächlich auch ein Fehlausbruch auf der Oberseite zur Disposition. Ich hatte gerade angesprochen, diese, den Shooting-Star-Kerze im Wochenchart, die deutet so ein bisschen darauf hin. Und wird auch die 65.500 unterboten, dürfen Marktteilnehmer den Kurs zwecks Liquidation, also nicht Market-Teilnehmer, sondern Market-Maker, wir kennen sie, also die Liquiditäts-Provider am Markt, dürfen das dann wahrscheinlich auch schnell wieder nutzen, um Long-Liquidationen zu tätigen. Also sprich, sie drücken den Kurs nochmal weiter runter, vielleicht 64.500, dann werden wieder enorm viele Long-Werten liquidiert, nur mal so, damit man eine Vorstellung hat, wir haben aktuell, vom aktuellen Kursniveau, wo wir stehen, roundabout 68.500, fällt der Kurs 10% runter, haben wir laut Liquidation Maps von Coinglass rund 3,2 Milliarden US-Dollar an Long-Werten, die in Gefahr wären und liquidiert werden können, wohin gehen, dass bei einem Kursanstieg um 10% gen Norden nur 1,7 Milliarden abzuholen gäbe für die Market-Maker, nur dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Insofern könnten auch die Market-Maker daran interessiert sein, den Kurs eher nochmal kurzfristig nach unten zu drücken, gerade wenn es Harris auf einmal wird und sollte die 64.517, das ist ja so, meine Linien sind eher auf der Unterseite, durchstoßen werden, ist zumindest mal ein Rücksetzer an das Ausbruchslevel bei 63.240 einzuplanen. Unweit darunter verlaufen, nämlich auch die Aufwärtstrendlinie ausgehend vom August-Tief, sowie auch die gleitende Durchschnittslinie EMA 200 im Tageschart. Dementsprechend fungiert für mich der Bereich 63.280 bis ungefähr 62.000 als zentrale Unterstützungszone und die Bullen dürften also alles daran setzen, eigentlich den Kurs nicht nachhaltig, zumindest per Tagesschluss, darunter wegbrechen zu lassen. Ansonsten käme es nämlich ganz schnell zum Kampf um die psychologische 60.000 und sollte die durchgebrochen werden, wäre das für mich eher bärisch zu werten, gerade wenn es auf Tagesschlusskurs passiert und dann könnten wir auch nochmal im Bereich Worst Case 57.500 zurückfallen. Einige Leute sagen tatsächlich, habe ich vorhin gelesen, wir rechnen, wenn Harris es wird, könnten wir nochmal 50.000 sehen. Das wäre schon eine Verbesserung. Einmal nochmal zurück überlegen, was war vor ungefähr sechs Monaten, als sie da übernommen hat oder sogar noch fünf Monate her, da hat man gesagt, oh Gott, wird es Harris, könnte Bitcoin sogar bis 30.000 oder 40.000 US-Dollar abtauchen. Selbst diese konservativen Schätzungen sagen, jetzt 50.000 wäre dann so die Unterseite. Vielleicht in dieser Stelle noch eine persönliche Empfehlung von mir. Politische Börsen führen oft zu irratischen Kursbewegungen. Das heißt, man kann das nicht immer eins zu eins ableiten, weil dies ist das, das ist einfach konfus. Wir haben x Marktteilnehmer am Markt, jeder hat irgendwie eine andere Vorstellung, was passiert, dann treffen die alle aufeinander, dann gibt es erstmal Chaos, auf Deutsch gesagt und ja, sind diese Auswirkungen derartiger Events, die wir jetzt haben und die wir gezeigt haben, sind aber definitiv kurzfristige Natur. Die erwartbare Volatilität ist von, also beziehungsweise dadurch, dass wir so eine hohe Volatilität erwarten können, ist meiner Meinung nach eher, gerade wenn man nicht 24-7 vorm Rechner sitzt, so wie ich, eher von gehebelten Wetten abzusehen und notfalls auch erstmal an der Seitenlinie zu sitzen, dann einfach gesagt, man muss hier nicht der Erste sein. Nicht selten ist es einfach schlauer, zu investieren, wie sie, Johannes das vorhin gesagt hat, wenn sich nämlich dann auch ein Stück weit der Nebel gelegt hat. Ja, top, vielen Dank für deine Einschätzung. Es ist also mit reichlich Volatilität zu rechnen, nach oben als auch nach unten, das ist wichtig zu bedenken, entsprechend weiß man dann aber auch, dass man nicht in Panik verfällt und immer die Ruhe bewahrt. Ihr habt ja jetzt die Kursmarken von Stefan gehört. Aus gegebenen Anlass bleibt mir noch zum Abschluss die Frage, Stefan, wen du als Sieger aus dieser Präsidentschaftswahl hervortreten siehst. Was ist dein Tipp? Ich glaube, es ist die schwerste Frage, über die ich fast am meisten nachdenken musste. Also zum einen will ich nicht politisch werden, zu anderem, ja, wie auch in anderen Ländern vielleicht ist es so ein bisschen so, dass die USA hat momentan so ein Stück weit auch die Wahl zwischen Pest und Cholera, so würde ich das nennen. Mit der Kryptobrille würde ich sagen, oder mit der Kryptobrille aufgesetzt würde ich sagen, Trump soll es werden, jedoch geben mir, und da werde ich jetzt vielleicht doch nochmal politisch, gerade als Deutscher, ich bin nun mal kein US-Amerikaner, geben mir die Pläne insbesondere gar nicht mehr von Trump selbst, der einfach viel erzählt, wenn er Tag lang ist, die Pläne seines zukünftigen Vice-Präsidents J.D. Vance zu denken, denn dieser plant ganz klar einen Abbau der Demokratie in den USA und was sich langfristig dann nämlich auch negativ auf Europa und insbesondere Deutschland auswirken könnte. Wir wissen auch, Trump hat schon direkt gesagt, hier Europa und notfalls kriegen die auch Strafzölle und auch die deutschen Autobauer, also der hetzt ja permanent gegen Deutschland ein Stück weit. Daher tendiere ich eher dazu zu sagen, mit der deutschen Brille auf, dass Frau Harris oder ich würde persönlich Frau Harris den Vorzug geben, wobei man dazu sagen muss, das ist im Endeffekt und das ist wirklich glaube ich das Wichtige, weshalb auch Bernstein gesagt hat, es ist egal, wer da nun im weißen Haus sitzt, wir sehen Bitcoin dennoch bei 200.000, weil an der fundamentalen Überschuldungssituation und den ganzen Faktoren, die wir aufgezeigt haben, ändert das ja alles nicht. Man muss im Endeffekt immer sagen, es sind die Berater im Hintergrund, welche die Politik beeinflussen und zukünftige Gesetzesvorhaben entwickeln und vorantreiben und das ist keine Frau Harris und auch kein Herr Trump, weil die auch gar nicht die, ich sage mal, die Weitsicht haben und die Intelligenz will ich Ihnen jetzt nicht unbedingt absprechen, aber das Detailwissen haben, um sowas überhaupt überblicken zu können in einer ausdifferenzierten Welt, wie wir sie haben. Absolut, da stimme ich dir zu und auch im Sinne des heutigen oder der heutigen Folge bleibt ja auch zu sagen, Bitcoin hat unter Barack Obama ein Allzeithoch geschafft, Bitcoin hat unter Trump ein Allzeithoch geschafft, Bitcoin hat auch unter Joe Biden ein Allzeithoch geschafft, die Bedingungen sind im Grunde dieselben und ich glaube auch, dass Bitcoin unabhängig davon, wer gewinnt, auch ein neues Allzeithoch schaffen kann. Ja, damit sind wir dann aber auch schon am Ende für diese Woche. Eine Sache noch, bevor wir uns verabschieden, alle laufenden Entwicklungen haben wir neben dem Invest-Podcast natürlich auch noch auf unserer App beziehungsweise auf der Webseite im Blick. Ich kann euch dabei nur ein BTC Echo Plus Abo ans Herz legen, um noch tiefer in die Materie einzusteigen und beispielsweise Stefans Kurs und Finanzmarktanalysen lesen zu können. Ansonsten danken wir wie immer fürs Einschalten und hoffen, dass ihr nun bestmöglich für die kommende Woche gerüstet seid. Einen guten Start euch allen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ja, eine erfolgreiche Handelswoche und denkt dran, immer eine Handbreit Stop-Loss unter der Position zu haben, bevor ihr auf einmal Haus und Hof verliert, weil ihr meint, ihr müsst auf einen der beiden Kandidaten setzen. In diesem Sinne, bis nächste Woche, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.